willkommen zu meinem review video über den laresa elite 3 akku staubsauger in diesem video werde ich ihnen alles über dieses erstaunliche produkt erzählen und warum es eine großartige investition für ihr zu hause ist aber bevor wir beginnen lassen sie mich ihnen kurz die wichtigsten merkmale dieses staubsaugers vorstellen der laresa elite 3 ist ein kabelloser staubsauger mit einer beeindruckenden saugleistung von bis zu 33 kph mit seinem eingebauten 400w bürstenlosen motor und einer 7x 2500 milliampere stunden lithium-ionen batterie bietet er eine starke und dauerhafte saugkraft egal ob auf hartböden oder teppichen dieser staubsauger nimmt mühlos staub schmutz und tierhaare auf ein weiteres highlight dieses staubsaugers ist das led smart panel mit diesem panel können sie den verbleibenden batterie stand und den betriebsstatus des staubsaugers überwachen es gibt ihnen auch die möglichkeit zwischen drei verschiedenen reinigungsmodi zu wählen echo standard und boost das panel warnt sie sogar wenn der bürstenroller oder der staubsauger blockiert ist der bürstenroller des elite 3 hat ein spezielles v design das effektiv verhindert dass sich haare verfangen er funktioniert sowohl auf böden als auch auf teppichen hervorragend der leistungsstarke elektrische bodenbürsten kopf unterstützt auch die randreinigung für eine gründliche reinigung ein weiterer großer vorteil dieses staubsaugers ist seine hocheffiziente filtration mit dem superzyklon und dem doppelten luftansaug filter hipa filter und filter schwarm kann er staubpartikel effektiv isolieren und die luft reinigen dies reduziert verstopfungen schützt den motor und verlängert die lebensdauer des staubsaugers der elite 3 verfügt außerdem über eine große staubkapazität von 1,5 litern was bedeutet dass sie ihn seltener entleeren müssen und mit der mitgelieferten wandhalterung können sie ihre staubsauger zu behörtele ordentlich aufbewahren aber lassen sie uns nicht nur über die funktionen sprechen sondern hören sie auch was andere kunden über den la resa elite 3 sagen ein kunde gibt dem staubsauger eine fünf sterne bewertung und sagt dass er in jeder hinsicht überzeugt ist ein anderer kunde mit haustieren lobt die starke saugkraft und die einfache handhabung des staubsaugers insgesamt hat der la resa elite 3 eine durchschnittsbewertung von 4,7 von fünf sternen basierend auf über 2600 bewertungen das spricht für die qualität und leistung dieses produkts jetzt fragen sie sich vielleicht wie sie von diesem staubsauger profitieren können nun der elite 3 bietet ihnen eine leistungsstarke und bequeme reinigungslösung für ihr zuhause mit seiner kabellosen funktion können sie sich frei bewegen und problemlos in verschiedene räume gelangen ohne über kabel zu stolpern oder steckdosen wechseln zu müssen sie können ihn sogar in einen hand staubsauger umwandeln um möbel treppen oder schwer zugängliche bereiche zu reinigen der la resa elite 3 ist auch eine großartige investition für familien mit haustieren er nimmt mühelos tierhaare auf und sorgt für eine saubere und hygienische umgebung für sie und ihre lieben zusammenfassend lässt sich sagen dass der la resa elite 3 akku staubsauger ein hochwertiges und leistungsstarkes produkt ist das ihnen eine effiziente und bequeme reinigungslösung bietet mit seiner starken saugkraft der langen akkulaufzeit und den vielseitigen funktionen ist er eine großartige investition für ihr zuhause wenn sie mehr über den la resa elite 3 erfahren möchten oder ihn kaufen möchten finden sie den link zum produkt in der video beschreibung klicken sie darauf um zur amazon seite zu gelangen wo sie weitere informationen finden und den staubsauger kaufen können vielen dank dass sie sich mein review video angesehen haben wenn ihnen das video gefallen hat und sie mehr hochwertige inhalte sehen möchten abonnieren sie gerne meinen kanal ich freue mich darauf ihnen in zukunft weitere großartige produkte vorzustellen bis zum nächsten mal